Zulich zu werke gehenden deutschen Verteidiger. Femalink. Ja bitte. Ja gut, das tut ihm gut. Schöner Pass auf Femalink. Der Fazit. Ich glaube das nicht. Der Problem, dass sie immer wieder absinken können, dass sie ihn auffordern zu ziehen. Ja klar für drei gut. Der ist gut gespielt. Auf Femalink, das war wieder ganz knapp. Fast zu wenig Würfe genommen. Aber nun warten wir mal ab. Voller Pass. Hamann. Das funktioniert bei ihm. Weit auseinanderziehen, sagt Bauermann. Hamann. Ja. Es muss schneller gehen. Schafatsek, der ist wild. Auch wenn es nicht klappt mit dem Einzug ins Viertelfinale. Ja.